Heute möchte ich Helium in ein Gefäß und das hier füllen und dann schauen, was passiert, wenn ich zum Beispiel eine Kamera rein stelle. Hört die Kamera dann meine Stimme, die ich jetzt normal spreche, auch höher oder ist meine Stimme dann genau gleich hoch? Und was passiert, wenn ich dann hier komplett eintauche und dann spreche? Was passiert dann? Wie immer gilt, diese Versuche dienen nur zur Demonstration. Jeder wird sehr wahrscheinlich den Effekt kennen von Helium. Wenn man dann mit einer hohen Stimme spricht. Und dieser Effekt ist relativ schnell wieder vorbei, wenn nämlich das ganze Helium aus der Lunge rausbefördert wurde. Der Hintergrund ist nämlich der, Helium ist viel leichter als die Umgebungsluft. Man hört, jetzt ist meine Stimme auch schon wieder ganz normal. Helium hat eine niedrigere Dichte als Umgebungsluft und dadurch können die Stimmbänder schneller schwingen, denn der Widerstand, dem sich diese Stimmbänder aussetzen müssen, ist niedriger. Und eine schnellere Schwingung bedeutet höhere Frequenz. Und deswegen erhöht sich dann die menschliche Stimme, wenn man Helium einatmet. Zumindest für kurze Zeit. Und jetzt ist die Frage, Helium in einem geschlossenen Behälter, wie der hier. Also nicht ganz geschlossen, sondern er ist einfach nur mit der Öffnung nach unten aufgebaut. Und wenn ich dann Helium hier reinfülle, kann das Helium nicht entweichen. Das sammelt sich also im oberen Bereich. Und wenn jetzt genau in diesem Bereich, wo dann später Helium ist, eine Kamera platziert wird, hört diese dann eine höhere Stimme oder eine gleichwertige Stimme? Das probieren wir jetzt mal auf. Ich habe jetzt den Luftballon aufgefüllt und lasse das Helium dann hier im Luftballon entweichen. Die Kamera befindet sich jetzt noch unterhalb der Box, die mit Helium gefüllt ist. Und die Stimme von mir und die Schallwellen, die ich produziere, die müssen jetzt aktuell nur durch die Umgebungsluft Richtung Kamera sich bewegen. Das heißt, alles ganz normal, so wie wir es kennen. Das Mikrofon und die Aufnahme, die wird jetzt nur noch mit der Action-Kamera gemacht. Jetzt befindet sich die Action-Kamera innerhalb der Box, die mit Helium gefüllt ist. Das heißt, die Schallwellen, wenn ich jetzt spreche, müssen einerseits durch die Umgebungsluft sich vorwärts bewegen und dann treten sie und dringen sie in die Box ein, die mit Helium gefüllt ist. Also es ist tatsächlich kein Unterschied zu hören. Deswegen habe ich jetzt hier eine andere Audiospur verwendet. Der Hintergrund wird sein, dass in der Action-Kamera selbst noch Luft enthalten ist. Also normale Luft und kein Helium. Das heißt, dass in der Nähe des Mikrofons die Schallwellen wieder eine normale Geschwindigkeit bekommen. Das heißt, die Frequenz sich wieder normalisiert und damit dann das Ganze sich wieder normal anhört. Unabhängig davon, was zwischendrin passiert. Da die Stimmbänder ja weiterhin normal schwingen, ist die Frequenz nur in diesem Zwischenstück, innerhalb also der Box, erhöht und bei der Action-Kamera dann wieder im Normalniveau. Also dann ein neuer Versuch. Jetzt befindet sich mein Kopf noch außerhalb der Box. Das heißt, ich bin noch aktuell nicht mit dem Helium in Berührung. Wenn ich aber jetzt allerdings mit meinem Kopf hier reingehe, müsste theoretisch etwas ganz anderes passieren. Ich muss aufpassen, dass ich hier nur eine gewisse Zeit drin bin, denn die Umgebungsluft fehlt ja. Das heißt, ich würde keinen Sauerstoff bekommen und deswegen muss ich aufpassen, dass ich hier nur maximal ein paar Sekunden drin bin. So, meine Stimme hört sich jetzt an, durch Helium deutlich höher. Das ist jetzt die originale Stimme, wenn ich spreche. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nur ganz kurz hier drin bin. Jetzt gehe ich wieder raus. Und jetzt ist meine Stimme wieder noch ein ganz kleines bisschen höher, weil ich immer noch Resthelium durch das Einatmen in der Box, in der Lunge habe. Aber jetzt wieder alles normal. Mal schauen, ob das nochmal funktioniert. So, jetzt habe ich eingeatmet, jetzt ist meine Stimme wieder deutlich höher. Also man hört, ich habe eine Heliumstimme, nur weil ich innerhalb dieser Box bin und kurz eingeatmet habe. Jetzt habe ich wieder ausgeatmet, noch leicht höher, aber geht wieder alles in die normale Richtung. Hier könnt ihr jetzt noch zwei weitere Videos auf meinem Kanal sehen. Und wie immer, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keines der weiteren Videos mehr verpasst.